hallo und herzlich willkommen bei menschmesch ich begrüße euch zu meinem vierten quicktipp heute geht es um das thema kurven öffnen verbinden und schließen ich habe schon ein dokument vorbereitet und ich nehme jetzt das ellipsen werkzeug und zeichne hier mal zentriert in etwa zentriert einen kreis mit einem durchmesser von genau 300 pixeln der kreis soll eine weiße kontur bekommen keine füllung die kontur stelle ich hier auf weiß und macht immer etwas größer einfach nur damit ihr das besser sehen könnt damit aus diesem kreis der jetzt im augenblick noch eine form ist eine kontur wird oder eine kurve wandel ich den mit der schaltfläche hier oben in kurven umwandeln um achtet mal auf das werkzeug ich habe im augenblick das verschieben werkzeug aktiviert wenn ich jetzt drauf klicke springt der findet die designer sofort in das knoten werkzeug bei dem knoten werkzeug kann ich jetzt mit dem pfeil einzelne knoten auswählen und damit festlegen an welcher stelle die kurve geöffnet werden soll ich möchte die kurve jetzt an dieser stelle hier öffnen dazu wähle ich sie aus und gehe hier oben in die aktion auf die schaltfläche kurve öffnen dass die kurve jetzt geöffnet ist kann ich ganz leicht daran erkennen dass ich den knoten punkt auswähle ich drücke mal die löschtaste und jetzt wird der teil fahrt von diesem knoten punkt bis zum nächsten knoten punkt also zum davor liegenden knoten punkt gelöscht das mache ich jetzt hier wieder liegt das noch mal an und so habe ich jetzt die kontur eines halbkreises ich nehme mal das verschieben werkzeug und verschiebe jetzt mit gedrückter shift und pfeiltaste oder cursor taste den kreis ein stück nach links dann möchte ich davon ein duplikat erstellen mit command j und dieses duplikat werde ich jetzt horizontal spiegeln den gespiegelten halbkreis verschiebe ich jetzt wiederum mit gedrückter shift taste und pfeil nach rechts ein stück nach rechts und jetzt möchte ich die kurven verbinden dazu gibt es zwei möglichkeiten beziehungsweise es ist eigentlich nur eine möglichkeit ich muss beide objekte die ich miteinander verbinden möchte markieren dann muss ich das ankerpunkt werkzeug auswählen oder das knoten werkzeug das kann ich mit der taste a machen und jetzt habe ich hier oben wieder meine schaltflächen und wenn ich auch verbinden gehe dann verbindet er jetzt die zwei punkte oder knoten die sich am nächsten liegen oder die am nächsten aneinander sind das ist die logik von affinity designer es kann natürlich mal passieren dass ihr die kurve aber hier oben schließen möchte oder vielleicht sogar diagonal was machen wir da ich mache mal rückgängig ihr könnt zum beispiel folgendes tun könnt den knoten punkt hier von der recht von dem rechten halbkreis nehmen und mit der cursor taste ein pixel nach links verschieben damit ist es ein pixel näher an der anderen kurve wenn ich jetzt es sind ja noch beide markiert wenn ich jetzt noch mal verbinden auswähle dann wird die kurve oben geschlossen und natürlich um die symmetrie zu erhalten kann ich jetzt den einzelnen knoten punkt hier nehmen und wieder mit der cursor taste rechts ein pixel nach rechts schieben jetzt kommen wir schon zur dritten funktion oder aktion nämlich kurve schließen die kurve schließen funktioniert natürlich immer nur bei einer kurve ich habe jetzt eine offene kurve mit zwei offenen enden mit einem startpunkt und einem endpunkt und das kann ich jetzt einfach schließen indem ich hier oben die schaltfläche kurve schließen betätige jetzt stellt sich noch die frage wofür sind die beiden anderen schaltflächen ich mache das noch mal rückgängig um zu zeigen wofür diese schaltfläche ist kurve umkehren damit ist gemeint dass ich den startpunkt und den endpunkt einer kurve vertausche achtet mal hier unten auf den roten knoten punkt der wandert durch betätigen dieser taste auf die andere seite und hier hättet ihr jetzt die möglichkeit mit dem fad werkzeug weiter zu zeichnen ich mache das mal wieder auf die andere seite ich schließe den fad wieder und jetzt haben wir noch die eine schaltfläche hier oben bei den aktionen über was macht die die glättet eine kurve das ist in diesem fall nicht unbedingt notwendig weil wie ihr sehen könnt ist die kurve hier extrem glatt aber wenn ihr freihandpfade oder kurven umgezeichnet habt ist es durchaus angemessen ab und an die kurve vielleicht ein bisschen zu glätten um die optisch harmonischer darzustellen ich klicke mal drauf und ihr werdet sehen er setzt einfach noch mehrere knoten punkte die aber in diesem fall nichts an der form verändern oder die kurve glatter erscheinen lassen so jetzt mache ich das ganze noch mal rückgängig und möchte euch noch zeigen wie ihr jetzt zum beispiel hier über kreuz diese beiden kurven miteinander verbinden könnt dazu wähle ich jetzt mal die linke kurve aus wähle hier den knoten punkt aus und jetzt nehme ich das zeichenstift werkzeug mit der taste p oder ihr könnt natürlich auch hier auf das symbol klicken jetzt kann ich von hier aus weiter zeichnen und ungefähr hier unten auf diesen punkt gehen jetzt seht ihr dass hier die kurve fortgesetzt wurde die kurven sind aber noch nicht miteinander verbunden dazu mache ich jetzt wieder folgendes ich nehme mein knoten werkzeug mit dem buchstaben a und jetzt markiere ich diesen punkt habe den aber nur von diesem fad und muss zusätzlich noch mit gedrückter shift taste den zweiten fad markieren das markieren des punktes ist übrigens nicht notwendig wie ich jetzt im forum von affinity designer erfahren habe denn die kürzeste verbindung zwischen diesen beiden faden besteht natürlich an dieser stelle und deswegen brauche ich jetzt eigentlich nur noch auf kurve verbinden gehen jetzt ist die kurve an diesem punkt verbunden was man da rein noch bedenken muss dass es sich hier um einen eckigen knoten handelt diesen eckigen knoten kann ich jetzt anklicken und hier oben noch in einen runden oder glatten knoten umwandeln jetzt habe ich die fertige kontur ich möchte die aber noch schließen so dass ich quasi ein unendlich zeichen oder eine liegende acht erhalte und das mache ich einfach wieder mit fad schließen dann werden endpunkt und anfangspunkt der kurve miteinander verbunden das war mein heutiger quicktipp zum thema kurven verbinden schließen und öffnen ich freue mich wenn es euch gefallen hat über einen daumen nach oben aber wenn es euch nicht gefallen hat natürlich auch über einen daumen nach unten denn kritik ist niemals schlecht und sage bis zum nächsten mal bei menschmesch menschmesch